Ja, Freunde, wenn es super war, hat es 20 Kilometer gerichtet. 110 Kilometer angeschlossen. Höhe 323 Meter. Aktuelles Tempo 226 Sekunden Kilometer. Höhe 323 Meter. Höhe 323 Meter. Wie schätzt er der gesamte Zeitraum? 847 Meter. Ermer... Ermerkenshausen. Ja, ja. Ermerkenshausen. Und jetzt ist es eine große Karte. Aber sehr gut, sehr gut. Ermen Kavzen. 3.Zaziran 2020. Aber hier ist es, Ermen Kavzen. Ich bin jetzt hier. Daher sind jäte. Dann mache ich, wir müssen hier vorstücken. Sobald es sich nicht mehr vorstücken. Ich möchte es so machen. Ja, ich bin hier. Ja, ja, ja. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Scharfbeetgasse. 111 Kilometer abgeschlossen, Höhe 316 Meter, aktuelles Tempo rechts abbiegen auf Scharfbeetgasse, dann links abbiegen, mittleres Tempo 2 Minuten 53 Sekunden pro Kilometer, geschätzte Gesamtzeit 9 Stunden 37 Minuten 23 Minuten. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Und jetzt sind die 4 4 4 4 4 5 4 4 Der Kauter Hallo, hallo Der Kauter Yani yine bir çıktım. Ama biraz rahat algσιolu Ama çıktım yani Al çıkın ya im Saarer im Saarer im Saarer im Bundesstraße 279 im 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 Ich bin der Nürnberg-Pisiklet-Sevdalen-Den Bayram-Tren. Ich habe 100 Kilometer gefunden. Ich habe 110 Kilometer geride. Ich gehe jetzt hier. 1 12 km abgeschlossen, Höhe 340 m, aktuelles Tempo 2 Minuten 37 Sekunden pro Kilometer, mittleres Tempo 2 Minuten 53 Sekunden pro Kilometer. Geschäfte Gesamtzeit 9 Stunden 39 Minuten 11 Sekunden. Geschäfte Gesamtzeit 9 Stunden 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 100 km'ye kadar süperdi yol ama 100'den sonrası çıkışlar başladı. Dedim, şu anda da inişte geçtim. Ama inçütler bitmeyecek bugün. Evet arkadaşlar, gevalti günüçteyim. Felaket indim. Felaket indim yani, yol da süper. kim yoksa nah Nach 100 Metern scharf links auf Wien 279. Scharf links auf Wien 279, dann rechts abbiegen. 116 Kilometer abgeschlossen. 298 Meter. Aktuelles Tempo 2,34 Sekunden pro Kilometer. Sicheres Tempo 2,25 Sekunden pro Kilometer. Beschätzte Gesamtzeit 9,35 Sekunden pro Kilometer. Nach 300 Metern links abbiegen auf Hauptstraße. Schilder nach Sulzdorf an die Gliederhecke. Such natur쪽ieiste Schilder nach Sulzdorf. Schilder nach Sulz nursing Home. Schilder nach Sulzmage cui befriemptこんにちは. Schilder nach Sitzschchan. Evet arkadaşlar Burası Sulstorf 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 Sul de 95 km 94 km Biraz önce resminde çekmiştim Sulstorf Navi nereye veriyorsa oraya gidiyorum Batkonik Schaufen 12 km Tabii ki Batkonik Schaufen'e gideceğim önce Yeni yeni İnşallah ben orman yolunu vermez Yeni yeni Temiz köyler Temiz köyler Yeni SOTT Yeni riktığım Yeni Otom seit 118 Kilometer abgeschlossen, Höhe 309 Meter, aktuelles Tempo 3,6 Sekunden. Mittleres Tempo 2,52 Sekunden pro Kilometer, geschätzte Gesamtzeit 9 Stunden 34 Minuten 35 Sekunden. Mittl vertebrae 24 Sekunden, Höhe 31 Kilometer, 60 Sekunden Frehlenburg, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ola bak Ola bak Öyle birşey olamaz Öyle birşey olamaz Yani yani Ormana verdi Ormanın içindeki yola bak Yürüyüş ve bisiklet yolu Araba gelir gider Bunu bilemem ama Bisikletler veya Yürüyüşçüler için yapılan Diyor Şurası Brandt Housen Yani Evet Evet Arkadaşlar 300 Metern Dağların tepesindeyim Böyle yerlere çıktım ki Yani böyle birşey olamaz Resmen dağların tepesindeyim Yürüyüş ve Yürüyüş ve Yürüyüş ve Yürüyüş ve Yürüyüş ve Yürüyüş ve Ja, das ist ein paar Minuten. Das ist ein paar Minuten. Wettbewerb Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Seit jong i... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Theres gängelme für uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie sehen uns beim nächsten Mal. Es geht uns im Zusammen. Aber es ist heiß. Ich halte mich so weiter und züge. Es ist so weiter und so weiter. Ich halte mich so viel an. Die Knoten sind und so weit her. Die Knoten sind nicht nur die Knoten. Die Knoten sind gerade furcht. Die Knoten sind eigentlich nur 142 km. Was ist jetzt noch nicht so weit her. Geschätzte Gesamtzeit 9 Stunden 35 Minuten 11 Sekunden. Yane, yane. Yane, yane. Yane, yane. Yane, yane. Yane. Yane, yane. Yane, yane. Das ist nicht möglich, Bamberg von dieser Seite. Das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Bamberg von dieser Seite. Das ist nicht möglich. Nach 200 Metern rechts abbiegen auf Klein-Heimstädter Straße. Höhe 232 Meter. Aktuelles Tempo 235 Sekunden pro Kilometer. ... auf Leibstädter Straße. ... geschätzte Gesamtzeit 9 Stunden 35 Minuten 1 Sekunde. Herzlich Willkommen, Marksahl, Abzahler. Ja, 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 ja. Linksabbiege auf Hauptstraße B279. Dem Straßenverlauf von B279 nur 2 km folgen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja von Bamberg den bu tarafa bu yolun etrafında bu Fahra tek böyle Bamberg den bu tarafa yani Batman işte daha az kaldı 10-12 kilometre falan kaldı artık kundaya da 60 62 oralar var yani inşallah böyle giderim yani yani süper bu işin Gerçi Eğer bu ne kadar böyleyse süper yol ne süper yol abone ol yapacağız artık ya ne Dani abone ol abone ol abone ol abone ol ama internet çekmiyor 145 km abgeschlossen, Höhe 228 m, aktuelles Tempo 2 Minuten 30 Sekunden pro Kilometer, mittleres Tempo 2 Minuten 52 Sekunden pro Kilometer, geschätzte Gesamtzeit 9 Stunden 5 bis 30 Sekunden pro Kilometer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nach 200 Metern nach links abbiegen, um auf der Allee zu bleiben Nach links abbiegen, um auf der Allee zu bleiben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gönnümde süt yandert, yördum de kreis Bistur, Jokale, Tostak, Gönleci Bistur, Jokale Süheyda Hanım, Joktesi, 60'lar, Sitesinde, Hizmetinizde Köso 16, 29, 29 Yani König Schoven Bistur, Jokuse Dänder Dänder Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020